Bismillahirrahmanirrahim und Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehr geehrte Zuschauer, ein Islamhetzer in Berlin. Die Rede eines Bundespräsidenten, die auf heftigen Widerstoß stößt und Deutschlandfeindlichkeit in deutschen Schulen. Das sind die Themen unserer heutigen Sendung, mit denen ich reden will, mit meinem Gast, Herr Deitler Hübs. Assalamu alaikum, schön, dass Sie da sind. Sie sind Imam der Nur-Moschee und Schriftsteller. Herr Hübs, Gerhard Wilders war Anfang Oktober in Berlin. Wie war die Resonanz der Medien diesbezüglich? Gerhard Wilders ist ein holländischer Politiker, der eine Partei hat, die sehr stark gegen Islam eingestellt ist und die ihre Erfolge in Holland bei den jüngsten Wahlen erzielt hat, mit der Hetze, kann man wirklich sagen, gegen Muslime und die Ausländerfeindlichkeit zum Programm gemacht hat. Und er wurde eingeladen nach Berlin von einem ehemaligen Parlamentarier der CDU, der aus der Partei herauskomplementiert worden ist, sozusagen, weil er ebenfalls auch im Zusammenhang mit dem Bau unserer Kalidio-Moschee in Berlin sehr heftig gegen Islam polemisiert hat und sich da sozusagen in eine rechtsradikale Position gesetzt hat. Und Gerhard Wilders kam nach Berlin, wurde von 400, glaube ich... Vollbesetzten Halle auf jeden Fall... Ja, es waren ungefähr 400 Leute, die da ziemlich heftig applaudiert haben. Sie haben unter gewissen Vorkehrungen der Polizei, unter Polizeischutz in einem Hotel, dem Vortrag zugehört. Das war alles geheim gehalten worden, damit die Gegendemonstranten nicht so direkt und offen im Vorfeld schon hätten da etwas demonstrieren können. Es kamen dann trotzdem zu Demonstrationen, weil natürlich dann bekannt worden ist, dass er eben da und da ist. Und die Demonstrationsbilder, die in den Zeitungen geöffnet worden sind, zeigen, dass auch Bundestagsabgeordnete da protestiert haben. Aber Gerhard Wilders hat Sprüche losgelassen, wie man sie an sich eher von... Demagogen kennt. Demagogen, sagen wir mal so. Also wirklich Leute, die nicht viel Verstand von dem Zuhörer verlangen, sondern einfach mit Sprüchen Beifall haben wollen. Deutschland, den Deutschen und ähnliches mehr. Das ist natürlich kein intellektuelles Niveau, auf das man sich einlassen kann. Okay. Er sagt, er will den Koran verbieten. Er sagt, er will Moscheebauten verbieten und er will die Zuwanderung von islamischen Ländern stoppen. Außer dem Aspekt des Korans haben wir die Debatten ja auch in Deutschland immer wieder. Glauben Sie, dass ein Politiker gleichen Maßes in Deutschland in Zukunft erfolgreich sein könnte? Ja, wie gesagt, man weiß es nicht. Zum einen ist durch den Fall Sarrazin ja deutlich geworden, dass etwa 18% der Leute für eine Partei stimmen würden, die rechts von der CDU ist, aber nicht eben NPD ist. Auf der anderen Seite ist das Potenzial von Protestwählern, die aufgehetzt durch bestimmte Medien wirklich jetzt ganz stark gegen Islam am Front machen, ziemlich groß. Bei jüngsten Umfragen, die vor einigen Tagen erst veröffentlicht worden sind, kam heraus, dass 30% der Deutschen oder über 30% wollen, dass alle Muslime aus Deutschland vertrieben werden. Also das hatten wir noch nie. Also eine so radikale Situation, das ist ganz neu, das ist eine neue Qualität, wie man so schön sagt. Und es ist durchaus möglich, dass sich einer findet, der mit ähnlichem Wahn ausgestattet und ähnlichem Popularismus und ähnlichen Charisma Leute auf seine Seite bringt. Man erwartet es ja, man hat ja auch Tutilo Sarrazin gemeint, er sollte die Partei gründen, hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, die Volksparteien müssen dieses Problem... Ja, wir haben diese Führergestalt in Deutschland, die sich viel ersehen, viele ersehnen eine starke Hand, also diese Mentalität nicht nachdenken zu müssen und stattdessen Parolen nachzurennen, die ist in Deutschland noch vorhanden. Und da hat auch die kritische Aufklärung durch die 68er nicht das Ergebnis erzielt, das man sich gewünscht hat, nämlich, dass die Deutschen aufwachen. Also die Ketten des Nationalsozialismus sozusagen sind noch in Bereichen der Bevölkerung vorhanden. Das sieht man ja auch an starken rechtsradikalen Parteien. Da ist schon eine Gefahr da, aber weit und breit ist keine Führergestalt in Sicht. Also kann man die These der Frankfurter Schule wieder aufgreifen, dass Aufklärung ihr Ziel verfehlt hat? Naja, also verfehlt ist ein bisschen viel gesagt, das ist immer recht so radikal. Es hat sich schon vieles getan, also ich meine, es gibt ja Barrieren gegen diese Rechtsradikalen. Es gibt gewisse Kreise, vor allem innerhalb der Jugend, die sehr stark anti-autoritär eingestellt sind und die sich das auch nicht gefallen lassen, was da Leute wie Wilders in Berlin und anderswo vorbringen. Die Demonstrationen sprechen da eindeutig. Das trifft sich gut, Herr Hübsch. Wir haben einen zum Glück Bundespräsidenten, Christian Wulff, der in einer Rede der Deutschen Einheit gesagt hat, das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland, aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Und es ist beachtenswert, dass er parteiübergreifend auch in anderen Parteien Zustimmung erfahren hat. Wir hören uns mal an, was die Frau Christine Buchholz, die aus der Partei Die Linke ist, dazu sagt. Ja, Frau Buchholz, willkommen bei der Presseschau. Was halten Sie von der Wulff-Rede, von der Aussage des Bundespräsidenten Herrn Wulff darüber, dass der Islam zu Deutschland gehört? Was halten Sie von dieser Aussage? Ja, zunächst, ich fand die Klarstellung vom Bundespräsidenten Wulff, dass der Islam zu Deutschland gehört, fand ich sehr, sehr wichtig. Gerade im Zusammenhang der Diskussion um die Äußerung von Tito Sarrazin und um die öffentliche Diskussion, die dadurch angeheizt und angefacht wurde. Und von daher fand ich, für mich ehrlicherweise auch überraschend, ein wichtiges Signal war auch, dass Wulff nochmal dargestellt hat, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das war zunächst erstmal ein positives Signal. Was denken Sie, woher kommt, was sind die Ursachen, die Hintergründe dieser Stimmungsmache? Sie haben diese Umfragen angesprochen, es gibt sehr viele Umfragen, wo man klar sieht, dass der Islam klar abgelehnt wird von der Mehrheit der Bevölkerung. Woran liegt das? Ich denke, es hat mehrere Ursachen. Das eine ist sicherlich, dass es weltweit in der westlichen Welt nach dem 11. September und auch als Begründung für den Krieg gegen den Terror eine Stimmung gegen den Islam geschaffen wurde. Und der Islam pauschal mit Terrorismus, Frauenunterdrückung und demokratischem Verhalten identifiziert wird. Und das verfängt dann bei den Leuten. Herr Hübsch, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte hat ein hochkarätiger Politiker den Islam als Teil Deutschlands bezeichnet. Was hat das für eine Bedeutung? Na ja, also so ganz, ganz neu ist es schon und auch wieder nicht. Ich denke an den berühmten Preußen Regenten, den alten Fritz, der also König von Preußen war, der damals gesagt hat, wenn denn die Türken in Preußen in Deutschland siedeln wollten, würden wir ihnen Moscheen bauen. Also das war jetzt vor 200 Jahren. Und auch Kaiser Wilhelm hat damals, also Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Moschee gebaut für Muslime, die in der Armee gedient haben. Dieses Angebot wurde ja angenommen. Die Türken sind damals hier nach Deutschland gekommen. Wir haben heute über drei Millionen Muslime, aber trotzdem hat diese Anerkennung gefehlt. Es ist eine neue Qualität, wie man so schön sagt, ich sage es nochmal. Aber das wirklich bahnbrechende ist, dass der Bundespräsident sich auf die Seite der Muslime gestellt hat, indem er gesagt hat, ich bin auch Präsident der Muslime. Das heißt, er hat sich erklärt als jemand, der für die Muslime spricht und der von den Muslimen auch angenommen werden möchte. Und die Muslime generell haben das ja auch angenommen, was er gesagt hat. Sie haben das ja auch gut geheißen, nicht nur, sondern auch bejubelt. Das ist schon bewundernswert, dass er den Mut gehabt hat, sich so darzustellen und so zu geben. Was das bedeutet, ja nun, das ist ein kleiner Durchbruch. Das ist nicht so riesig, denn die Opposition, die sich daraufhin ergeben hat, die ist ja nun gewaltig gewesen. Was haben denn die Deutschen, für mich als Muslim ist es natürlich auch ein Zeichen der Anerkennung, dass er meinen Statuskur anerkennt. Aber was hat im Konkreten die deutsche Aufnahmegesellschaft für ein Problem damit? Also wenn wir heute die Berichterstattung lesen, können wir ja daraus schließen, dass viele Menschen ein Problem mit dieser Aussage haben. Na ja, das ist natürlich ein bisschen hausgemacht, sag ich mal. Also im Haus des Islames gemacht. Die Muslime generell sind ja nicht alle, also die geboren sind als Muslime, sind ja nicht alle gläubig. Also von den rund vier Millionen, die wir hier haben, sind etwa nur 10 Prozent, 15 Prozent organisiert und gehen regelmäßig in die Moschee. Ja, vielleicht noch ein paar mehr. Ja, aber es ist dann eine Untersuchung rausgekommen, dass 80 Prozent der Jugendlichen Muslime in Deutschland keine Ahnung vom Islam haben. Das heißt, wir sprechen von vier Millionen Muslimen, aber in der Tat ist es so, dass das Wissen über den Islam, über den Koran, über den Lebensweg des Heilbriefs- und Islam sehr gering ist unter Muslimen wie unter Deutschen. Und die Deutschen, die auch kein Wissen haben, sind abgeschreckt, einmal durch die konstante Propagandamaschinerie gegen Islam, die ja nicht erst seit dem 11.09. läuft. Die läuft ja seit Jahrhunderten. Das muss man doch klar sehen. Also Luther und die Päpste haben von Beginn an Stimmung gegen Islam gemacht, sehr harte Stimmung gemacht, nicht nur durch die Kreuzzüge und durch die Antitürkenreden, das war ja als Politik damals, gegen Islam, sondern auch die Art und Weise, wie im 19. Jahrhundert beispielsweise der Heilige Prophet verunglimpft worden ist durch Bücher, schon im 19. Jahrhundert, also in dieser Zeit ging sehr viel gegen Islam los, auch durch Volksschrifter wie Karl May. Das ist einfach verwurzelt in der deutschen Kultur, dass man gegen Islam Stimmung gemacht hat. Auf der anderen Seite, dass ich das noch sagen darf, haben sich hochrangige deutsche Geisteswissenschaftler für Islam ausgesprochen. Nicht nur Goethe, nicht nur Rückert, sondern auch Herder, Heine und andere mehr. Also da ist einfach etwas gewachsen. Auf der anderen Seite hat man seitens der Kirchen natürlich den Heiligen Propheten zum Antichristen erklärt, zum Feind des Christentums. Auf der anderen Seite haben eben Leute wie Goethe, Freigeister, sich für den Islam erklärt. Und das ist nie ausdiskutiert worden. Beim Volk kam das, was Goethe gesagt hat, nicht so an, während eben die Anti-Islam-Propaganda angekommen ist. Okay, wie war die Berichterstattung jetzt bei der Christian-Wulf-Rede im Konkreten? Ich lese beispielsweise auch bei Leserbriefen, wie Leser ihren Unmut über die Leser kundtun. Also wie war die Berichterstattung im Allgemeinen? Also die Zeitungen, die behaupten, die Stimme des Volkes zu vertreten, haben vor allem die Bild-Zeitungen ganz, ganz stark gegen die Wulf-Rede polemisiert. Das war also eindeutig Meinungsmache. Das sieht man, wie gesagt, auch an den Leserbriefen. Sie haben weitgehend Leserbriefen abgedruckt, die sich gegen Wulf gestellt haben, die den Islam ausgrenzen wollen, nach Deutschland, die Muslimen ausgrenzen wollen. Sie haben eben nach der Stimmung gefragt, wieso kommt es dazu, dass so viele im deutschen Volk gegen Muslime sind. Also einerseits wegen der Angst, die geführt worden ist nach den Anschlägen im 2001. Zum anderen, weil eben die Stimmung gegen Fremde in Deutschland auch Tradition hat. Man nimmt Deutsche da in eine Situation gefangen, sozusagen, indem man erklärt, wir sind besser als andere. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, war im Dritten Reich der große Spruch, der Millionen in den Krieg geführt hat. Und das ist einfach festgeblieben, da ist eine gewisse Arroganz da. Okay, abgesehen von der Arroganz, die Deutschlandfeindlichkeit in deutschen Schulen, wo deutsche Kinder in der Minderheit sind, und türkisch-arabischstämmige Kinder in der Mehrheit, ist es eine Tatsache, dass deutsche Kinder gemobbt werden, beschimpft werden. Finden Sie nicht, dass die Menschen zu Recht diese Sache dann kritisieren, wieso diese Menschen dann so viel... Das ist auch wieder wahr. Nur die Stimmung hat sich aufgeputscht, ja. Es ist ja eine Spirale. Auf der einen Seite verhalten sich, wie ich eben schon sagte, von den vier Millionen Muslimen in Deutschland, die wenigsten so, dass man sie als Vorbild sehen kann. Viele haben keine Ahnung vom Islam oder verhalten sich barbarisch. Behaupten, den Islam zu vertreten, für Allah einzutreten, für den Propheten einzutreten, und benehmen sich so, dass eine Schande ist für den Islam, weil sie sich wirklich zügellos und brutal und gewalttätig benehmen, dass sie keine Ahnung haben, von welchem es sein wird. Aber unter den Islamischen, wenn ich lese, dass die FAZ tituliert, muslimische Intoleranz vergiftet das Schulklima, im Attik, die indoktriniert werden von den Mullahs dazu, dann finden Sie das gerecht, dass diese Leute das unter den Islamischen... Naja, wenn man der Meinung ist, man ist weiterentwickelt als die Muslime, dann sollte man eben auch seine christlichen Tugenden besinnen und versuchen, die Muslime mit Liebe zu gewinnen. Ja, das versuchen wir, aber die Muslime ja, die Deutschen, die gegen uns sind, mit Liebe zu gewinnen. Das Christentum hat da versagt. Das Christentum, das eben diesen Hass auch genährt hat, durch die Art und Weise, wie man Islam ausgegrenzt hat über Jahrhunderte hinweg und polimiziert hat gegen Islam mit den schärfsten Worten, dieses Christentum ist heute nur auf Papier mehr oder weniger vorhanden und nicht in der Lage, die Muslime für sich zu gewinnen. Die Muslime sind in einer zwiespältigen Situation. Auf der einen Seite sind sie Fremde. Sie sind ausgegrenzt durch ihre Hautfarbe, durch ihre Sitzen, durch ihre Gebräuche, durch ihre Traditionen und vor allem die Traditionen sind es, die für Unmut sorgen, weil man zu Recht von deutscher Seite her nicht akzeptieren kann, dass es so etwas gibt wie eben Zwangsheirat, Ehrenmorde oder andere Formen von Unterdrückung. Und das stößt den Deutschen bitte auch, obwohl sie sich ebenfalls auch so verhalten. Ehrenmorde gibt es auch im europäischen, im deutschen Bereich. Also die Muslime sind in einer Zwangslage. Einerseits haben sie keine Erziehung und andererseits müssen sie sich wehren gegen diese Ausgegrenztheit. Und da sie keine Erziehung haben und nicht genaues wissen, wie sie sich verhalten sollen, richten sie ihre Aggressionen, anstatt Selbstkritik zu üben, gegen die Deutschen. Das ist also ein natürlicher Vorgang. Schlimm ist das natürlich, aber was soll man tun? Also ich meine, die Lösung wäre, auf der einen Seite, da sind wir ja hier in Deutschland Gott sei Dank so weit, dass da Ansätze gemacht werden, in den Schulen Islam so zu unterrichten, dass den Muslimen deutlich wird, was der Prophet für einen Vorbild gegeben hat, bezüglich des Verhaltens gegenüber anderswo. Ja, aber die Kinder, die indoktriniert werden, die werden doch gar nicht diese Argumente annehmen, das Islam, die werden in ihren Hinterhofen schön dann selber... Da wird es einen Clash geben, da wird es einen Zusammenstoß geben. Einerseits, wenn es denn nicht alle Mudras, nicht alle Hodjas sind dann so geartet, dass sie total Front machen. Es gibt da einige Hassprediger, das wissen wir, das ist bekannt, aber es gibt ja nun auch Moderate, es gibt ja auch Leute, die ein bisschen Weisheit besitzen, die eben doch einfach vom Islam her was gelernt haben, als Gelehrte. Also von daher gesehen wird es mancherorts einen Clash geben, und da werden die Jugendlichen selbst sehen und entscheiden müssen, ob sie dem folgen, was ihnen im Unterricht von den Quellen her gesagt wird, was der Koran sagt, wie man sich verhalten soll, selbstlos sein, spenden den anderen gegenüber, als seien es Verwandte, Güte zeigen, Barmherzigkeit zeigen, Gerechtigkeit zeigen, gerecht sein, aber nicht selbstgerecht. Und was der Prophet als Beispiel gegeben hat, dann werden sie das in der Schule hören, und wenn die Hodjas und die Mullas kommen und sagen, nein, ihr müsst hassen, ihr müsst kämpfen und so weiter, dann wird man da als Schüler in einer Konfliktsituation sein. Das ist gut so. Okay, kommen wir zurück auf die Rede von Wulff. Man hat öfters auch das Argument, das Scheinargument gehört, wir wollen in Deutschland das Grundgesetz, das auf christlich-jüdische Tradition beruft, sich beruft und nicht die Scharia. Obwohl Christian Wulff das doch eindeutig klar gemacht hat, ich zitiere ihn, er sagt, zu Hause zu sein in diesem Land, das heißt, unsere Verfassung und die in ihr festgeschriebenen Werte zu achten und zu schützen, zuallererst die Würde eines jeden Menschen, die Meinungsfreiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sich an unsere gemeinsamen Regeln zu halten und unsere Art zu leben zu akzeptieren. Wer das nicht tut, wer unser Land und seine Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr rechnen. Das gilt für fundamentalistische, ebenso wie für rechte und linke Extremisten. Also wenn Christian Wulff diese Position klar macht, wieso wird dann mit der Scharia der Sachverhalt so dramatisiert? Weil die Scharia ein Popanz ist, wie man sagt. Das heißt, sie ist ein Gebilde, was aufgebauscht worden ist zum Gespenst, zum Monster. Die Scharia ist ja gar nicht so, wie die Leute sagen, die denken bei Scharia an zwei, drei Dinge, Hand abhacken und Steinigung, das ist ja die Scharia. Das ist ein Schwachsinn. Die Scharia ist der Weg des Islams. Das Scharia kommt von dem Wort Schariat, das heißt so viel wie Tränke oder auch Quelle oder so. Das heißt, die Art und Weise, wie Muslime leben, richtet sich nach dem, was Allah im Koran erklärt hat. Und die Gesetzesmäßigkeiten, die auch darin vorhanden sind, hinsichtlich des Strafrechts, sind so ein kleiner Bruchteil von der Scharia. Die Leute werden hier zur Panik getrieben, indem man ihnen sagt Scharia und macht ihnen riesige Angst, als würden sie morgen alle einen Kopf kürzer gemacht. Okay, reden wir damit. Das ist aber, Moment, eins noch. Das ist aber eine Phantomvorstellung, weil nämlich gar nicht klar ist, was ist eigentlich die Scharia, da es viele Rechtsschulen gibt und da sozusagen jeder Häuser, jeder Muller eine eigene Vorstellung von Scharia hat. Also die Schuld liegt ja einwandfrei bei den Medien und bei den Politikern, die das Wort Scharia benutzen als eine Propagandawaffe, ohne eigentlich zu wissen, was sagt die Scharia, ohne sich schlau zu machen, was ist die Scharia. Und das wird dann einfach als so ein Horrorwort in die Menge geworfen und alle schreien furchtbar. Roger, kommen wir nochmal auf das Argument der christlich-jüdischen Tradition zurück. Das Jüdische ist ja erst nicht so alt in dem Bewusstsein der Menschen. Naja, das kann man nicht sagen. Also das Jüdische hat ja Tradition. Das hat Tradition, aber dass die Deutschen sich dazu öffentlich bekennen, dass sie eine christlich-jüdische Tradition haben, das war mein Name. Und ich erinnere mich konkret am 18. Jahrhundert, wo der Begriff der Zivilisation in Frankreich entstanden ist und die darauf bauenden Menschenrechte. Damals hat man auch in Deutschland sich gewehrt mit dem Argument der christlichen Tradition. Und wenn ich jetzt an den Antisemitismusstreit denke, von 1879, der von Heinrich von Treitschke losgetreten wurde, da hat er ja auch gesagt, die Deutschen seien zu schwach, um etwas Fremdes zu ertragen. Kann es denn nicht sein, dass die Argumentation der christlich-jüdischen Tradition auch hier wieder nur ein Vorwand ist und in Wirklichkeit Schwäche tiefere Ursachen hat? Das ist psychologisch gut gedacht, finde ich. Denn in der Tat ist es ja so, dass das Christentum auf bestimmten Glaubenssätzen beruht, die einem kritischen Nachdenken nicht standhalten. Und dass die Vernunft da nicht so geachtet worden ist, das hat sich in jüngster Zeit ein bisschen verändert. Aber über Jahrhunderte hinweg wurde ja blindlings geglaubt, bis hin zu den Ausflüssen, die es da aus der Graben gaben. Also Inquisition, Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Intoleranz, Judenvertreibung, Antisemitismus, Holocaust. Das ist natürlich eine christliche Sache, aber das resultierte mit dem wenig aus dieser aufgebauten Feindlichkeit. Und da hat Herr Dreifel durchaus recht gehabt, dass eben die Deutschen da aufgrund ihres Unvermögens die christlichen Doktrine wirklich zu begreifen, beziehungsweise umzusetzen, sich einfach in einer Verteidigungsposition gesehen haben und immer noch sehen und eben nicht die Kraft haben, die andere Wange immer hinzuhalten, wie es Jesus Friede so auf ihm gefordert hat, sondern stattdessen eben alle möglichen Formen von Missständen sozusagen praktiziert haben, bis hin in die heutige Zeit hinein. Und diese Missbrauchssituation, die führt natürlich dann zu Erkenntnissen, dass man eigentlich sehr schwach ist, dass man nicht die Stärke hat, moralisch so zu sein, wie man sein wollte, sein sollte, sein könnte. Und da scheitert man dann und wendet es nun, weil man innen nicht weiterkommt, nicht nach außen und wird nach außen dann aggressiv. Herr Hübsch, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Eine Frage noch, wenn Sie die in einer Minute beantworten könnten. Die christlich-jüdische Tradition soll das Grundgesetz beeinflusst haben. Ich komme damit nicht klar, vielleicht habe ich auch eine Wissenslücke, denn ich erkenne im Grundgesetz weder den christlich- noch jüdischen Katechismus. Wie weit ist denn der Grundgesetz dabei? Das ist richtig. Also ich meine, die Tora und das Grundgesetz sind ja also nicht gerade kompatibel. Und das Christentum als politische Möglichkeit ist auch nicht kompatibel mit vielem von dem, was im Grundgesetz steht. Und islamisch hingegen ist durchaus all das, was Sie vorhin zitiert haben, also angefangen von der Würde des Menschen, die untastbar ist, bis hin über die Gleichwertigkeit oder Gleichberechtigung hinsichtlich der Rechte und Pflichten von Mann und Frau. Es ist ja gar nicht so, dass die Frau im Islam benachteilig wird. Es ist nur eine Form von Missverständnis, die nicht ausgeräumt worden ist bislang. Und die wird auch in Deutschland noch einige Zeit zur Frage gehören. Bis hin zu den anderen Punkten, die Sie erwähnt haben. Das heißt, ich sehe da gar keine Widersprüche. Der Islam und das Grundgesetz ist weitestgehend in Übereinstimmung. Söder von der Kahn, ein hochgeachtetes Mitglied in unserer Gemeinde, der Präsident der Internationalen Gerichtshof in Den Haag gewesen ist, hat er ein Buch geschrieben, Islam und Menschenrechte. Und da hat er die Menschenrechtserklärung verglichen mit koranischen Geboten und ist in fast allen Punkten zu einer totalen Übereinstimmung gekommen. Das ist ein guter Schlusswort. Islam und Menschenrechte sollten Menschen auch hier in diesem Land lesen und sich aufklären zu lassen. Wir kommen nun zum Ende, sehr geehrte Zuschauer. Kommentare wie die von Peter Schollatur, der Christian Wolf sei gar nicht der Präsident der Muslime, sondern Erdogan, dienen der konkreten Ausgrenzung. Und die Debatte über die Teilhabe der islamischen Kultur in Deutschland ist gerade gar nicht beendet. Sie hat erst begonnen. Und wir lassen uns nicht ausgrenzen. Christian Wolf, Herr Peter Schollatur, ist mein Präsident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Die Teilhabe ist mein nou. Vielen Dank.